also normalerweise wenn ich ja die qualität der texturen reduziere ist das ja eigentlich speichern ich haben speichern speichern von der grafikkarte scheiße war der kreifte ja da ist noch einer rika also richtung westen es könnten uns welche entgegenkommen es könnten uns welche entgegenkommen es könnten uns welche entgegenkommen kein doppel clue ziel ist süden alles ist ja auch gut wenn man hat ja Okay, ich habe mich festgepackt, so, jetzt bin ich wieder, nein, es, ah, ja, man bleibt schon mal bei den Bäumen hängen. Aachen, Schlüsse in der Nähe, aus Osten. 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 Ach doch, wir werden mit Gift beschossen. Aachen, Schlüsse in der Nähe, aus Osten. Aachen, Schlüsse in der Nähe, aus Osten. 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 Bek da. Es ist einer drinnen, glaube ich, oben. Feuer oben reinschmeißen. Nee. Jetzt ist er erst drin. Der soll Feuer reinschmeißen. Wenn du willst, wenn du es hinkriegst. Was war das? Der ist hier vorne die ganze Zeit hochgesprungen. Der ist über mir. Auf dem Dach. Der war ein bisschen draußen. Weil ich gerade gesagt habe, ich schmeiße durchs Fenster. Weil du sagst, über mir ist der. Der sitzt oben auf dem Dach. Mit Bogen. Kann gut sein, dass der da auch runterspringt. Dach. 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 Dach! Ach so. Ich guck mal, wo die alle sind. Ich sehe zwei über uns. Einen aber draußen. Ja, ich glaub einer ist jetzt runtergespannt. Also nach draußen runtergespannt. Ich hab was verbrannt. Das können wir ändern. Da kannst du ja nicht wiederholen. Das können wir eh nicht. Du liegst ja mitten in der... Ich hab die Wolke jetzt gemacht. Ja, ja, weiß ich. Du liegst ja mitten in der Schusslinie. Was? Da hat einer eine Waffe... eine Falle weggemacht. Komm von Südosten. Ja, ist drin. Wir sehen. Hat Clou genommen. Ach. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Boah, die Augen. Der ist jetzt überhaupt... Von mir rein. Der hat mich... Ich bin jetzt mal wieder abgestürzt. Ich zeig euch kurz, was ich für den Tribut bekommen habe. Und ich geh nochmal in die letzte Runde. Na, es gab zwei Tötungen. Ich hab beide Alea gemacht. Vom gegnerischen Team. Ja. Das war das Ergebnis der Runde. Damit ihr das wisst. Bis dann. Tschüss. Ach, wie lieb ich diesen Spawnpunkt. Ja, wie lieb ich diesen Spawnpunkt. Offen wie sonst was. Und die Peschase hast du von rechts dann noch ein... Äh... Ein zweites Team aus dem gleichen Compound. Und... Du stehst damit runtergelassener Hose. Ja. Rechts von dir sind Punkte. Ja. Ich seh keinen. Aber ich lieb schon Punkte. Hm? Ach so. Der hat ja rechts von dir. Der hat ja rechts von dir. Der hat ja rechts von mir. Von einer Schlacht aus. Richtung Ost. Oh. Oh, 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 oh. Ich wette mit dir, der, äh, das Krokodil ist nicht Richtung Süden. Äh, okay. Also Richtung Westen. Ja gut, gibt's nicht viel. Also Suppressenhütte ist er. Was anderes gibt's ja in der Richtung nicht, wo was da ist. Ist auch über deren Farben, ist auch. Ja, über, aber da zeigt er nicht hin. Er zeigt genau Richtung Westen, also genau. Aber zeigt er nicht immer Richtung nächsten Fluch? Nee, nee, immer in der Richtung, wo er ist. Oh, die Punkte rechts. Oh, die Punkte rechts. Ja, hier brennt. Also, ich werde es wirklich zu Hilfe kommen. Ja. Der Klui. Ah, da. Heiwasser, Richtung Roden. Das war dann nach Westen, ne? Da waren die gleich bei uns. Ja. Das ist kein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Scheinen den Boss aber zu machen, weil ich das richtig höre. Sag was, Alea, was sagst du? Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Auf jeden Fall oben. Da ist denn alles irgendwo noch ein kluger Schreit. Ja. 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 Das ist wie der erste Fights. Geh runter. Hier runter. Pass auf. Hier oben ist auch noch einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich sehe ihn auch nicht. Nein. Ja. Ja. Dann wieder. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die sind draußen, kann das sein? einer ist tot ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weil sich wechseln halt von, ne? Ja, ja, aber das ist nicht so was wir sagen. Kannst du auf die Karte gucken? Ich glaube nämlich, die sind noch weggelaufen. Naja, auf die Karte kann ich nicht gucken. Ja, die sind draußen. Ich glaube, die haben das genauso gesehen, wie ich. Dass sie keine Chance haben, an den Strand zu kommen. Ah, der hat den einen so schön weg. Naja, weil der zweite, der den hier aufgehoben hat. Sind auch schon fast draußen von der Nacht. Ja, aber offensichtlich wird Rotmaul gemacht, ne? Weil die Schüsse kommen ja aus der Nähe. Jeder Rotmaul kommt zu uns. Hier ist noch eine Leiche. Da sind zwei, die ich gehört habe. Pass auf auf Fallen. Mein Bestes. Hier ist einer. Der ist aber leer. Hier ist noch einer. Dann nehmen wir sieben. Ich kill nur noch drei. Ja gut, das sind die drei, die draußen unterwegs sind eigentlich, ne? Ne, ne. Mit denen, die habe ich schon mitgezählt. Okay. Ja gut, wir können immer noch Rotmaul machen, ne? Ja, das sagt den Bounty nachjagen. Das wird doch schon längst gemacht. Der Rotmaul ist weg. Äh, Bounty ist weg. Na, auf der Karte wird kein Bounty angezeigt, Alia. Natürlich. Hä? Bei mir nicht? Im Südwesten von uns. Das kommt jetzt zu uns. Wird mir nichts angezeigt? Echt kein Scheiß. Was? Was steht denn oben links bei dir bei Rotmaul? Äh, das ist ja nicht gemacht, das. Aber bei mir ist der noch voll. Der kommt bei mir. Wo denn? Vom Westen. Südwestwest. Ja, das habe ich an den Schuss jetzt auch gemerkt. Ja. Geht's einfach nicht. Du lässt einen total. Ja, aber du sagst keine Richtung. Doch, ich habe jetzt schon drei Mal gesagt, aus welcher Richtung. Du hast mich gerade erschossen. Ja, klar. Wird sie die Aufnahme hören? Ja, was weiß ich, warum du mich nicht hörst? Zwei. Ne, dafür bin ich nicht schnell genug. Da muss ich einfach sagen, dafür bin ich nicht schnell genug. Ach, das tut es nicht bei mir. Der wusste ja, wo ich war. Der hat vorher geguckt. Ja. 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 Und zwei und drei, aber das. das waren zwei dreier das team vier war das ich habe den vom fünfer team habe ich einen ausgeschaltet ich habe den charakter vorgeschaltet ja 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 dann brauche ich noch 404 punkte 604 punkte für die drilligen und